Die Natur als Energiespender. Immer mehr Menschen nutzen diese Kraftquelle, um sich zu erholen, um abzuschalten, um durchzuatmen. Am bequemsten ist es, wenn man dazu nicht lange fahren muss, sondern wenn man die Natur vor der Tür, quasi daheim, im eigenen Garten hat. Landschaftsgärtner gestalten Gärten, in denen sich der Mensch und die Natur gleichermaßen wohlfühlen. Die Kletterpflanze mit dem schönen Namen, je länger, je lieber, zieht sich die Pergola empor. Dazu das leise Plätschern einer ungewöhnlichen Wasserquelle. Naturstein und vor allem Holz gehören zu den bevorzugten Materialien in naturnahen Erholungsgärten. Kreativ gehen die Experten für Garten und Landschaft mit den Werkstoffen um. Ein Boot wird zur Beeteinfassung. Traumhaft, die perfekte Blumenwiese. Ganz natürlich wirkt sie, aber der Profi hat sie sehr genau geplant. Lavendelduft umspielt den Sitzplatz. Schatten spendet ein Weinstock. Die richtige Bepflanzung macht's, das wissen die Landschaftsgärtner ganz genau. Nichts überlassen sie dem Zufall. Hier wurden Amberbäume zu lebendigen Sonnenschirmen geformt. Sanft beschatten sie den Sitzplatz. Wenn dann auch die Kräuter so frisch auf den Tisch kommen, dann fühlt man sich richtig daheim. Daheim in der Natur. Das sind wir auch noch warm. Komm.